hallo liebe geschwister willkommen zu unserer sendung die stunde der wahrheit wir haben heute ein anderes thema wir hatten letztes mal das thema die entdrückung heute mit gottes gnade möchte ich gerne so fortsetzen also nicht über die entdrückung reden aber etwas was also mit den entdrückung zu tun hat also beide verbunden sind bevor ich weiter gehe möchte ich mal kurz bieten herr joshua maschia danke für diese zeit danke für diese gelegenheit herr dass wir das ist also das wort heute weitergeben darf und danke auch dass wir zu dir kommen dürfen joshua maschia du bist unser herr und unser elohim danke für alles was du tust im namen joshua maschia amen also heute möchte ich also über die gemeinschaft mit dem herrn reden unser vers also heute ist das können wir in erster johannes kapitel kapitel 1 ich lese mal dieser anfang von von erster johannes kapitel 1 ab vers 1 was von anfang an war was wir gehört was wir mit unseren augen gesehen was wir angeschaut und unsere hände betastet haben vom wort des lebens und das leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige leben das bei dem vater und uns geoffenbart worden ist alleluja und vers 3 was wir gesehen und gehört haben verkünden wir auch euch damit auch ihr mit uns gemeinschaft habt und zwar ist unsere gemeinschaft mit dem vater und mit seinem sohn jesus christus amen also die bibel beschreibt hier oder johannes also schreibt hier in diesem brief er spricht also von einer gemeinschaft gemeinschaft also mit mit dem herrn und gemeinschaft also mit diese brüderliche gemeinschaft weil er spricht also von gemeinschaft also mit mit dem herrn also mit dem mit dem vater und mit seinem sohn mit seinem sohn aber davor sagte damit ihr mit uns gemeinschaft habt und zwar unsere gemeinschaft mit dem vater und mit seinem sohn jesus christus halleluja also in dieser zeit also wo wir gerade sind die ganze welt da herrscht gerade die dieser virus covid 19 hat also alle also die ganze welt ist betroffen es gab da so es gibt also ausgangssperre es gibt auch in viel also in vielen ländern gibt es ausgangssperre viele sind gestorben und die krise hat auch die ganze welt erschüttert und das läuft also immer noch wir sind also noch nicht ganz draußen aber wir waren alle eingesperrt blödlich haben wir uns also eingesperrt gefunden wir könnten viele könnten nicht mehr so gemeinschaft also sicher so mit brüdern in der gemeinde treffen viele kirchen hatten zugemacht und 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 was stellen wir fest plötzlich gibt es also viele die keine kraft mehr haben zu beten die kraft also das wort gottes in wort gottes zu bleiben und mit dem herrn zu wandern also diese ausgangssperre was was ich also da daraus noch gelernt habe oder diese ganze situation also mit dem covid 19 dieser virus die die ganze welt getroffen hat ich habe daraus gelernt dass der herr und in diese gemeinschaft also mit ihm bringen wollte und will immer noch weil was bedeutet die worte also gemeinschaft gemeinschaft also in der bibel dieser begriff gemeinschaft aus auf griechisch das ist koinonia das bedeutet einfach was was man also was wir zusammen haben was uns verbindet was uns also in in eine verbindung bringt das ist also koinonia auch kommunion auf auf englisch fellowship und 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 dieser begriff sagt einfach was wir zusammen was uns verbindet also wenn wenn der herr wenn johannes also hier sagt dass wir gemeinschaft mit mit dem herrn und gemeinschaft also mit dem brüder haben das heißt es gibt etwas das uns alle verbindet und ganz klar diese verbindung ist joshua marschier unser herr jesus christus also und er sagt normal damit wir in dieser gemeinschaft mit mit dem vater mit dem vater also mit dem herrn joshua marschier bleiben aber was verbindet uns also mit joshua marschier was verbindet uns also mit mit geschwistern es gibt viele gemeinde es gibt gemeint so genannte alle gemeinschaften nehmen wir zum beispiel eine fußballmeinschaft die spielen zusammen die haben eine gemeinschaft zusammen die haben eine gemeinschaft was verbindet sie es ist fußball fußball verbindet sie damit sie gemeinschaft haben aber heutzutage sehen wir einfach dass es keine gemeinschaft mit dem herrn gibt was verbindet dich was verbindet mich überhaupt also mit der mit joshua marschier was haben wir zwischen uns also als also unter uns als gemeinde was verbindet uns was ist die verbindung zwischen uns und johannes also sagt hier damit er spricht hier dass wir also in dieser gemeinschaft mit dem herrn bleiben aber aber danach gibt er ein paar test es gibt ein paar verse die 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 sind also sowas wie test für die die testen uns die sind beweise dass wir wirklich also auch in dieser gemeinschaft mit dem herrn ja oder nein ich lese weiter in vers 5 und dies ist die botschaft die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen dass gott licht ist und gar keine finsternis in ihm ist wenn wir da kommt also der test wenn wir sagen dass wir gemeinschaft mit ihm haben und wandern in der finsternis lügen wir und tun nicht die wahrheit das ist der erste test wenn wir sagen dass wir gemeinschaft mit dem herrn haben und wandern im finsternis weil er licht ist dann sind wir lügner aber was heißt also wenn der herr sagt dass er licht ist er sagt das ganz klar hier dass gott licht ist und gar keine finsternis in ihm ist und hier der test also in vers 6 wenn wir sagen dass wir gemeinschaft mit ihm haben und wandern in der finsternis lügen wir und tun nicht die wahrheit die wahrheit also diese sendung heißt die stunde der wahrheit die bibel sagt also wenn ihr die wahrheit erfährt die wahrheit wird euch frei machen alleluja also gemeinschaft mit dem herrn joshua maschia heißt dass man nicht in finsternis wandeln sondern im licht wandeln aber was bedeutet dass er so wandeln im finsternis im finsternis also die bibel ich nehme ich gehe schnell also in epheser kapitel 5 epheser kapitel 5 da steht in vers 8 in vers 8 da steht denn eins wart ihr finsternis jetzt aber seid ihr licht im herrn wandert als kinder des lichtes halleluja das bedeutet also früher sind wir im finsternis gewandelt was heißt also früher im finsternis gewandelt in der sünde in der lüge wir waren nicht in der wahrheit wir hatten wir haben getan also genau alles was die welt und was die welt getan hatte in der sünde leben heißt einfach dass man im finsternis lebt wandelt au wow also das bedeutet wenn du sagst also dass du gemeinschaft mit dem herrn hast und lebt in der sünde das heißt du tust nicht die wahrheit du tust nicht sein wort dann bist du ein lügner und die bibel sagt ganz klar dass die lügner die werden nicht ins reich gottes hineinkommen wow aber was erleben wir heute was ist die wahrheit hier die wahrheit ist einfach das wort des herrn wenn er sagt also dass wir licht kinder des licht geworden sind das heißt dass der herr joshua maschia das licht ist in johannes kapitel 1 sagt steht ganz klar dass unser herr licht ist aber wenn dieses licht kommt erleuchtet einfach alles die lüge die sünde alles was versteckt ist wird einfach aufgedeckt und wenn das licht kommt wenn alles aufgedeckt ist dann geht man direkt man tut die buße und man will nicht mehr so in diese sünde und diese finsternis also leben und dann wenn man joshua maschia als herr annimmt dann nimmt er uns also aus finsternis weil wir finsternis waren und dann werden wir die kinder des lichtes damit wir in licht mit ihm weiter wandern können halleluja also das bedeutet also mein bruder meine schwester oder die leute also diese diese video anschauen wenn du in der lüge wenn du in der lüge unzucht und also unzucht und und nicht in der wahrheit bist dann wandelst du in finsternis in dunkelheit du brauchst dieses licht wir brauchen das also alle also ich lese weiter er sagt ich lese weiter Vers 6 wenn wir sagen dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandern in der finsternis lügen wir und tun nicht die wahrheit wenn wir aber im licht wandern wie er licht ist haben wir Gemeinschaft miteinander und das blut jesus seines sohnes reinigt uns von jeder sünde wow halleluja liebe geschwister er sagt ganz klar hier wir sollen im licht wie er wandern im licht wandern heißt die lüge weg die wahrheit das wort des herrn annehmen und weiter mit ihm gehen nicht die tradition von menschen nicht was also die kirche was die die irgendwelche religion sagt aber das wort jesus maschia unser herr und so kann man im licht wandern halleluja und dann Gemeinschaft mit ihm haben das bedeutet das wenn du in der sünde lebst wenn du nicht in der wahrheit lebst wenn du äh was anders tut als das wort gottes bist du nicht in der gemeinschaft mit ihm das heißt du kannst stundenlang beten du kannst das wort gottes lesen wie eben aber solange du in der sünde lebst in unzug zum beispiel du du schaust also pornofilme komische sachen im internet du lest in unzug guck die frauen mit begierden und 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 die bibel sagt dass du bist die sünde und wenn du weiter so lebst bist du nicht in gemeinschaft in der gemeinschaft mit dem herrn und deswegen hat der herr alles ausgeschaltet diese ausgangssperre damit die damit wir mal vergessen wir vergessen die gemeinde die menschen alles was um uns damit wir in dieser gemeinschaft damit wir alles also mit ihm klären jemand sagte das mal hey wisst ihr was ich hab das also gelesen es stand drauf diese ausgangssperre diese covid-19 dieser virus hat uns etwas gelehrt damit wir das wichtigste erkennen wisst ihr was das wichtigste ist die gemeinschaft ist diese gemeinschaft mit dem herrn joshua maschia wow halleluja und wenn wir nicht in diese gemeinschaft kommen werden wir nicht entrücken weil die menschen die leute die entrückt werden die mit ihm gehen werden die in der ewigkeit also mit joshua maschia leben werden sind leute die schon Gemeinschaft mit ihm also auf dieser erde praktiziert haben Gemeinschaft mit ihm also erlebt haben zum beispiel also hier steht und das blut jesus seines sohnes reinigt uns von jeder sünde wisst ihr was also was das ist das blut jesus ist einmal geflossen das heißt nicht also dass wir irgendwo sehen gehen jedes mal wenn wir sündigen dann kommt also das blut wir warten kommt blut auf uns wir werden gereinigt nein 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 hier das blut das ist einfach sein leben das ist das leben joshua maschia und dieses leben bekommen wir in dieser gemeinschaft mit ihm wenn wir buße tun wenn der geist gott ist also in uns kommt wenn der geist gott ist also sein wort wir nehmen sein wort und wir tun sein wort das ist das leben joshua maschia deswegen sagte er wir sollen wie kinder des lichtes wandern leben wie er halleluja weil er licht ist nicht in der lüge licht nicht im finsternis aber in der wahrheit und die wahrheit ist das wort joshua maschia das wort gottes halleluja ich kann da noch ein beispiel geben also wo joshua maschia er selber das also gesagt hatte das ist in johannes kapitel johannes kapitel 12 wo er also von wandern im licht also sprach halleluja also johannes kapitel 12 ab vers 35 da sprach jesus zu ihnen nur eine kleine zeit oder lese ich einfach ab 34 die volksmenge antwortete ihm nun wir haben aus dem gesetz gehört dass der christus bleibe in ewigkeit und wie sagst du dass der sohn des menschen erhöht werden müsse wer ist dieser der sohn des menschen also vers 35 antwortete jesus joshua sagte nur eine kleine zeit ist das licht unter euch wandelt wow wandelt während ihr das licht habt damit nicht finsternis euch ergreife und wer in der finsternis wandert weiß nicht wohin er geht während ihr das licht habt glaubt an das licht damit ihr söhne des licht werdet wow halleluja wenn wir an joshua maschia glauben dann sind wir söhne des licht und wir bleiben im licht und wer das licht hat weiß genau wohin er geht er hat diese vision vom himmel er liebt nicht also wie jemand der sich unbedingt also hier eingraben will nein er weiß ganz genau ich werde oh wow wir hatten das also in der letzten mal gelesen also in johannes kapitel 14 wo jesus wo joshua sagte ich gehe ich bereite euch also einen platz und wenn ich fertig bin wenn ich also die ganze wohnungen plätze alles vorbereitet habe ich komme wieder und werde ich euch äh abholen und dann werdet ihr also mit mir dort bleiben halleluja alle die entdrückt werden sind leute die eine gemeinschaft mit dem herrn haben die menschen die wandern im licht kinder des lichtes halleluja aber heute in der gemeinde haben wir leute die nicht mal kinder des lichtes sind die sind kinder des finsternis kinder des teufels weil die bibel sagt uns also in erste johannes kapitel 3 kapitel 3 vers 8 wer die sünde tut ist aus dem teufel denn der teufel sündigt von anfang an hierzu ist der sohn gottes geoffenbart worden damit er die werke des teufels vernichte wow halleluja es gibt kinder des teufels weil die praktizieren hier das tun ist nicht einmal gesündigt wenn die nein das ist es heißt leute die in der sünde kontinuierlich bleiben die sind lügner die zeigen also ein falsches gesicht die sind also kinder des teufels die verstecken genau wer sie sind die verstecken die leben in der sünde die machen sünde im verstecken aber der herr sieht sie der herr weiß genau wer sie sind wenn sie nicht buße tun dann werden sie nicht kinder des lichtes sein halleluja da kommen sie in der gemeinde so viele leute in der gemeinde singen halleluja singen halleluja aber die sünde erstinkt nach der sünde heuchler lügner die tun nur so die spielen eine rolle vor den leuten wenn die geschwister da sind spielen sie eine rolle aber jetzt mit dieser ausgangssperre haben sie keine möglichkeit mehr ihr theater zu spielen jetzt bist du allein jetzt sind wir also alle allein zu hause willst du was willst du dann tun die warten nur jedes sonntag und versuchen irgendwie zu zeigen dass sie prophezieher weiß sagen können oh der herr hat das gesagt der herr hat das gesagt aber zu hause leben sie in der sünde in der lüge die kinder wissen genau dass sie falsch sind aber in der gemeinde versuchen sie alles irgendwie wach so schön schicke kleidungen sonntagskleidungen sogar aber jetzt ist aus der herr will dich haben er will dein herz er will dass du zurück zu ihm kommst zurück zu seinem wort dass du ihm sein dein leben gibst halleluja der herr kommt und holt seine gemeinde seine gemeinde sind menschen die im licht mit ihm wandern sind die menschen die kinder des lichtes also wenn du heute das hörst und du lebst in der lüge heuchelei versteckte sünde wenn du immer nur drin bist tut buße komm zurück zum herrn gib den herrn joshua maschia dein ganzes herz und er wird dich hätten deswegen deswegen hat er gesagt mach diese video bring das damit die ganze welt damit die menschen in deutschland die wahrheit erfahren zu viele lüge wird gesagt weil du die gemeinde putz weil du kuren für die leute backt weil du kaffee und sowas also vorbereitet weil du predigt weil du was nicht theologie studiert hast und 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 dass du ein kinder des lichtes bist wer hat das gesagt Kinder des lichtes sind die menschen die vom ganzen herzen joshua maschia angenommen haben und weiter im licht mit ihm wandeln weiter mit ihm gehen alleluja aber wenn du weiter so machst in der lüge licht im versteckten tust du sachen sprichst du schlechten bei den leuten immer du hast also in deinen herzen so du kannst die leute überhaupt nicht vergeben du hast mangel an vergeben also in deinem herzen wenn du nicht buße tust dann bist du dann kannst du keine gemeinschaft mit dem herrn haben keine gemeinschaft wow halleluja halleluja der herr will einfach dass wir zurück zu ihm kommen und er sagt Vers 8 wenn wir sagen dass wir keine sünde haben betrügen wir uns selbst und die wahrheit ist nicht in uns wenn wir unsere sünden bekennen ist er treu und gerecht dass er uns die sünde vergibt und uns reinigt von jeder ungerechtigkeit richtigkeiten wow die wahrheit es gibt so viele falsche heutzutage viele falsche ich tue das damit die leute sehen dass ich das kann ich mache das und 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 ich bekleide mich so damit die leute mich anschauen und 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 zu viel oh meine zu viele werben jede will sich also zeigen zeig dir mal den herrn lass den herrn dich komplett zeig alles das nennt man buße tun sag alles herr ich bin ein sünder bitte reinige mich ich kann mich nicht also von dem 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 so viele sachen trennen aber ich will die gemeinschaft mit dir haben ich will dir mein herz mein ganzes herz geben der herr kommt und holt seine gemeinde letztes mal hatten wir über die entrückung gesprochen er holt seine gemeinde gemeinde die leute die was mit ihm etwas haben die was verbindet diese menschen mit dem herrn es ist sein wort die wahrheit sein geist sein leben er hat sein leben für uns gegeben wenn jemand sein leben nimmt dann passiert etwas man ist verendet man lebt nicht mehr wie die welt halleluja und immer noch immer noch in 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 erster johannes wie erster johannes kapitel 2 vers 15 steht lebt nicht die welt noch was in der welt ist wenn jemand die welt liebt ist die liebe des vaters nicht in ihm denn alles was in der welt ist die begierde des fleisches und die und die begierde der der augen und der hochmut des lebens ist nicht vom vater sondern ist von der welt und die welt vergeht und ihre begierde wer aber den willen gottes tut bleibt in ewigkeit halleluja aber die welt hat unser herz also so die herzen von viele von uns genommen voll mit hochmut voll mit begierde und sucht und 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 aber der herr sagt ich allein kann die halten gib mir dein leben geben wir einfach unser leben joshua maschia das wollte ich also mit euch also heute teilen der herr segne euch im namen joshua maschia amen zurück zum wort zurück zu joshua maschia zurück zu unserem herr ihr werdet die wahrheit erfahren und die wahrheit wird euch freimachen die wahrheit wird uns alle freimachen ich segne euch im namen joshua maschia amen we her k du Untertitelung des ZDF, 2020